herzlich willkommen zu einem neuen part von let's fahren heyday und wir sehen schon dass hier 99 plus ist und ja noch mal was hier oben so ab ging er reinkam kurz nachlesen ach patrick ist auch wieder da cool sunshine fahren 15 mal karotten seit woher coole fahren naja wir sind aufgestiegen jetzt in der zweiten liga und wir sind schon mal kurz vor ende vom derby ging jetzt wieder einige coole belohnung sind wir denn hier hier schon brauchen wir nicht jetzt also sahne wir sagen schon immer butter und weiß nicht sogar der kläbewand kläbewand aufgestiegen in die amateurliga jetzt müssen wir sechs aufgaben erledigen anstatt fünf und hat doch direkt ein neues derby begonnen wie gesagt ich habe mir die noch nicht abgeholt und das derby geht nur noch einen tag 16 stunden ähm wir brauchen schnelles karotten ist schnell sechs stunden okay ich habe nicht so viele plätze dafür da sind wir da sind wir denn überhaupt achter okay die letzten drei steigen ab das heißt wir sind doch nicht achter mit 2500 punkten sind wir erster nochmal das ist nicht ein fehler ne wir sind erster hier es gibt nämlich auch eine acht was ist denn für ein bug okay wir sind erster ähm lkw wir sind immer beim derby dabei also gut wie alle griffens farme drei aufgaben gemacht null punkte farme hat die meisten points und wir holen ihn noch auf wir brauchen kartoffeln haben wir natürlich nicht angepflanzt gibt es hier kartoffeln nein gibt es nicht mit einer aufgaben löschen hier kommt schiff löschen was noch sowieso keiner und eier schmeißen wir raus indigo schmeißen wir raus baumwolle schmeißen wir raus lkw 70 schmeißen wir raus schiff schmeißen wir raus anderen schmeißen wir raus und sirup schmeißen wir raus lkw lassen wir mal drin eventuell ja und karten schmeißen wir auch raus so ich brauche neue aufgaben also wir brauchen neue aufgaben waren jetzt wirklich nicht die besten aufgaben die da noch hingen hat keiner gelöscht na gut wir kümmern uns erstmal um die farm ich habe übrigens wieder mein feld erweitert hier beide also zwei felder habe ich hier weg gemacht brauchte man jeweils lkw event ist übrigens dann brauchte man jeweils äh 22 das heißt ähm 44 von jedem habe ich erweitert sag mal fehlt der kartoffeltürt den habe ich nicht apfelgrünnen habe ich bestimmt ja 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 so das mal fangen wir an zuerst mit grünerfutter das ist nochmal nicht ein fehler für den weizen habe ich dann überhaupt noch acht super na gut weizen geht ja schnell wer soll auch noch ein paar karotten anpflanzen und sojabohnen so was brauchen wir hier Schweine Schweinefutter und mehr haben wir nicht Moment aber was fehlt uns denn hier noch zwei Arme haben wir nicht einmal Mais und einmal Auflauf weiß ich noch was nicht das haben wir nicht Kirschnaummelade und Sahnetorte ich brauche Kartoffeln wir vielleicht auch da ich brauche kartoffeln mei ne Oh, mehr Kartoffeln Mehr Kartoffeln, bitte Bitte, bitte, bitte Was will die denn hier? Der Weizen und der Karotte Können wir auch mal was geben Anstatt immer nur was zu wollen Ein Vanille, Eis und Sirup Die wollen ganz schön viel Sirup Die Säcke Wir wollen uns hier mal ein bisschen reinhängen Dass wir jetzt alle Aufgaben schaffen Wird aber kein Problem werden Sechs Stücke habe ich noch vor mir In einen Tag und wie viel? 16 Stunden, schaffen wir Das wird ein Klacks Lieber nur gucken, was gleich für neue Aufgaben kommen Aber ich denke mal, es wird schon machbar sein Gehen wir erst mal angeln Danach gehen wir zur Stadt Jetzt wieder Massenfischfilet Oh, ist einer on Hi Sunshine Ein Sonnenschein Acht mal Acht Köder habe ich hier Geblitze habe ich gar nicht Wir müssen noch 14 LKWs machen Muss ich auf neue Aufgaben warten Anders Geht's leider nicht Zack Light Lux ist auch on Mittlerweile geht's ja auch mehr ab Ist auch schon mehrere hier drin Manche fühlen sich auch in der zweiten Gemeinschaft wohler Weil hier halt Mit dem Derby nicht so streng ist Aber wie schon gesagt In der zweiten werden wir nie in der ersten Liga kommen Weil Weil das halt so Wenn jeder mitmachen kann Und Es keine Regeln dafür halt gibt Aber ist nicht schlimm Dann habe ich so viele Erdbeeren Dann habe ich die Hühner nicht geerntet Hyperhirte Dann haben wir 60 Tierprodukte in 30 Minuten Danke Mach ich doch gerne Was brauchen wir denn Können wir eigentlich hier die Bärentorten geben Kann man eh kaufen Och eigentlich alles Eigentlich brauche ich alles Aber am meisten brauche ich Auflauf Wenn der Farm ist auch on Die steht In einem Gebiet was ich noch nicht Erforscht habe Kann ich hier irgendwas Verbessern Naja ich brauche überall Überall brauche ich Zeugs für was ich noch nicht habe Die Leute kann ich holen Einen nur ne Achso Die kann ich noch nicht holen Weil die Nicht das gleiche Haus haben Nagel Boah 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 62 Weizen Da habe ich ja was zu tun Hier müsste ich unbedingt mal den Zug verbissen Hier sind eindeutig zu wenig Leute Obwohl ich viel mehr Plätze hätte Aber jetzt brauche ich nur noch Weizen Aber jetzt brauche ich nur noch Weizen Jetzt brauche ich auch unbedingt wieder Platz im Silo Habe ich da eigentlich nie Platz Kann ich jetzt eigentlich verbessern Immer noch nicht Scheune Auch nicht Was ist das denn Dann müssen wir jetzt erst produzieren Dann müssen wir hier jetzt erst produzieren Baumwollstoff brauchen wir Kartoffeln brauchen wir Auflauf brauchen wir Apfelkuchen brauchen wir So das ist voll Was brauchen wir hier Kirsch, Brombeer Alles Okay Also Himbeer Nochmal Himbeer Und zweimal Kirsch Äh Zweimal Himbeer und einmal Kirsch meine ich Ah, der Juwelier ist fertig Farmagnat Baue 20 Produktionsgebäude Ganz vergetten das Ding Deswegen konnte ich auch eben schon Armbände abgeben Das war so Selbstverständlich Altbäre, das habe ich nicht Neues Video von Nayday Äh So Brauchen wir den hier Hier brauchen wir Erdbeereis und Vanilleeis Da ich jetzt keinen weißen Zug habe Ist das ein bisschen scheiße Weil ich eigentlich Etwa Torte und Sahne Torte brauche Deswegen machen wir hier Sahne Ganz viel Hier basteln wir Kekse Scharfe Pizza Können wir auch noch gebrauchen Kommt mal Lassen wir hier Schweinefutter Drei Vier Fünf Ah, hätte ich auch noch mal Hühnerfutter machen können Ach, ist aber egal Ist auch Latte Ähm, falls Sie es nicht wissen Ist gerade der Zwang Ah, nein Keine Sojabrunne Scheiße Ich bin auch manchmal Ein Trottel Das war übrigens früher mein Spitzname bei Da habe ich noch Counter-Strike gespielt Da war ich eigentlich sehr gut in dem Spiel Falls einer von euch das kennt Da hieß ich immer Trottel Einfach nur so Und auf Lahn-Partys auch immer Immer Trottel Kirschsaft und Apfelsaft Okay Lightlux Sunshine Ich zeige euch eure Farm gleich Seht mir Das dauert noch Das dauert alles leider noch Ich bräuchte ein paar Sojabohnen Noch mehr bräuchte wer Kartoffeln Ach, scheiße Ich muss irgendwie noch meinen Namen ändern Das habe ich immer vergessen Hier ist keine Leertaste Guck mal, hat er sofort übernommen ist Ja Interessant Ein Holzschindel und eine Schraube Mal gucken Also mal Ein Holzschindel habe ich Kann ich dir geben Mal, wie viel brauche ich hierfür 62, 65 Alles klar Ach komm, Schraube kann ich an die auch abgeben Vorne Hier mache ich es aber nicht billig Weil hier brauche ich noch Geld Und eine Schraube Er hat ein Bild von den Minions drin Ach, Glückswasser haben wir noch gar nicht gedreht Komm, jetzt möchte ich mal hier Moneys Moneys Können wir eigentlich mal wieder ein Tier holen? 10, 10, 8, 4 Okay, 10, 10, 8, 4 Ja, ein Pferd kann ich holen Holen wir noch ein Pferd Fress Kartoffeln? Käse Nägel Nägel Woa, Nägel Wie geil Nägel Yeah Ich mich immer freue bei Nägeln Aber die Nägel sind einfach so Bei Klebern würde mich noch mehr freuen Jetzt brauche ich einen Nagel, drei Schrauben Und hier 4 7 9 Äh, ich sollte mal glaube ich ein paar Älteste machen, oder? Damit ein paar Aufgaben löschen können Und hier so, Sunshine Farm natürlich nur die, die auch im Derby mitmachen Quacky Daniel S. Farm ist nicht im Derby Rolf Farm nicht im Derby Patrick nicht im Derby nicht im Derby nicht im Derby ja, da war es schon das war es schon wohl, die anderen sind auch erst später reingekommen lassen wir es mal so oder? ja, lassen wir es mal so gucken, wer da noch im Derby ist nächstes Mal kann denn auch jetzt was geben, ne? einen Moment, habe ich gesagt ist richtig alt hier zack, zack, schnipp, schnapp himbeeren brauche ich wir brauchen mal Käsetorte das war es schon wieder das war es schon wieder jubelier hat erstmal zu tun fischfilet haben wir wieder übrig ich gebe mich gleich wahrscheinlich wieder ab an meinem anderen Account Sunshine ist wieder off Kartoffeln, bitte warum gibt es denn keine Kartoffeln das ist doch unfair schiebung das wäre 210 Kartoffeln das wäre 210 Kartoffeln oh, zahra hier ist aus der ersten Gemeinschaft Moment, ich muss eben hier pflanzen bin da dankeschön eindeutig zu viel Weizen aber will die Weizen hier nein, ich will Karotten geh weg wir müssen jetzt Weizen verkaufen wir müssen jetzt Weizen verkaufen hätte ich auch teuer machen können, ne? ach, ist auch Wurst ist Wurst was brauchen wir denn noch hier Kartoffeln oh, warte nein, ich habe eine zu viel angepflanzt boah, ich bin so ein Depp komm, dann pflanzen wir jetzt auch mehr an so, ich schneide jetzt mal eben bis hier die Aufgaben da sind sieben Minuten bis gleich da sind wir wieder aufgaben habe ich schon gelöscht aufgucken ist drin, meine ich wie lange dauert das denn? 2 Stunden, 2 Stunden, 32 Stunden, 30 Jahre dann weg damit dauert zu lange die können wir machen 11 Popcorn müssen wir gucken, ob wir hier was finden normal findet man hier was 12 Chili Popcorn naja, jetzt findet man natürlich keins das lassen wir mal drin normal findet man das eine Erdbeersahne-Torte die haben wir nicht dauert zu lange Kartoffeln habe ich immer noch nicht gefunden Chili Popcorn waren wir ja gerade verkaufen wir wieder neun Stück aber wohl können wir auch erst behalten wir haben genug Platz noch nicht da Ofenkartoffeln haben wir nicht auflauf fast fertig und hier das sind wir auch nicht ok genau 10 Plätze doch keine ah, Kartoffeln ah, Kartoffeln danke Farmvier ich danke dir können wir auch nochmal direkt kurz in der Stadt vorbeisehen ok ok, ist noch nicht fertig stimmt, hier dauert es ja länger bei mir geht das immer alles also bei meinem ersten Namen geht das immer alles so schnell juhu kannst du direkt wieder weg tanzen die Äxte kriegst du nicht von mir so, ich mach das nächste auf jeden Fall die Milchaufgabe wenn die noch da sein sollte ansonsten Ausrufezeichen vier Sägen sehr, sehr nice jetzt können wir auch gucken ob noch Popcorn hier ist ah, ist noch kein neues Buch kann ja nicht mehr lange dauern Nagel boah, wir könnten es verbessern wenn ich jetzt noch zwei äh, zwei Schrauben hätte werden wir auch schon finden Muffin Brot das Brot ist natürlich schon weg in Muffin auch nein kramen wir uns direkt alles ja, soja Cheese Popcorn verkaufen und Kürbiskuchen ich kann mich auch ein bisschen was verkaufen von ne, wenn dann sechs ne ungerade Zahl zu haben bringt nix Auflauf und Popcorn normales Popcorn kann man in meinen letzten Helfern gucken ob hier noch was ist ok, ich hab's nicht drin warum man nicht mal ein anderes Profil bei Facebook schon ewig her ewig und drei Tage ist das schon her ich poste eigentlich nicht viel bei Facebook privat die haben ja viel muss ich schon sagen Sunshine Farm braucht Hilfe das hab ich gar nicht mitgekriegt boah, das hab ich aber auch nicht da kann ich dir nicht helfen Popcorn das ist doch schon mal gut TG hat bestimmt nichts drin der war schon ewig nicht mehr on da war auch schon ewig nicht mehr on Popcorn es fehlt doch immer noch Popcorn da oben war Popcorn scheiße Mann Egal wenn wir schon Neues finden auf jeden Fall Lass mal Sojabohn noch mal an ich bin mir auf jeden Fall sicher dass wir genug haben und dann stellen die Leute auch noch mal was rein deswegen geh ich dann doch lieber noch mal gucken Kartoffeln jetzt gibt's auch immer genug Kartoffeln das ja unfair die wollte ich gar nicht weg damit so dann war's das erstmal bedanke mich fürs zusehen die nächsten Aufgaben werden wir in den nächsten Part machen und ja ich freu mich wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid bis zum nächsten Mal haut rein ciao 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 ciao